Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zum Best-of Pack Opening 2018. Ja Freunde, wir haben unfassbare Sachen gezogen, zweimal Ronaldo, wir haben Ikonen gezogen. Das war einfach nur das erfolgreichste und beste Pack Opening Jahr für mich. Und ja Freunde, deswegen dachte ich, mache ich hier einfach ein dickes Best-of mit den geilsten Spielern, denn ich glaube viel mehr Packs werde ich jetzt nicht öffnen in FIFA 18. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Smash den Like-Button und dann würde ich sagen, viel Spass mit dem Video. Let's go! Was geht ab! Was geht ab? Was geht ab! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Peleronatisio! Peleronatisio! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! AaaaAAAAAAaaayyyy! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaayyy! Ey die kann aus meinem Glück haben! Was mein Alter! Die Ende! Der Ende ist rein, der sie zieht! Der pisst dich, Alter! Die wollte es noch ziehen die 30 Set! Was ist los Alter? Macht Welle Leute! Booo! Er hat gleich geläuft! Ich hab's gewusst, Alter. Ich schau ab. Ich hab gedacht, prank du Hund, Alter. Halt die Fresse, Alter. Wir haben Matthäus, Nakata, was ein Mittelfeld. Nakata, Scharmuta. Ein Chatbag nochmal, ja? Let's go. Let's go. Chatbag und Chatbag, Jörs. Zehn Minuten die Woche. Ja, ne. Schon mal wieder, schon wieder. Au, wahr? Du musst auf die Mehrheit achten, Alter. Ist schon Chatbag, Leute. Ist schon Chatbag, Leute. Ronaldo, Alter. Jetzt gleich geht's eh wieder los. Ich schau wieder Turanda, machen wir das. Ey, wir werden wieder Turanda, kein Schles. Alle. Kommt mal. Was ist überwiegend da? Sie noch gar nicht da. Matzmann, Bonucci. Oh mein Gott, oh mein Gott. Totti, Totti und Bonucci. Oh mein Gott. Totti, Bonucci. Jaaaa! I believe I can fly. Jaa! Jaaa! 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 Totti, Chatbag! Komm schon! Wie sieht das aus? Let's go, das erste Pag. Brasilien. Oioioioioi! William! Warpout 87er im ersten Peck! Let's go! Jaaaaaah! Milinkovic Savic! Yes, baby! Da ist er doch! In den Untauschfahren! Baby, man! Geht doch! Das ist, glaube ich, der Erfolgste überhaupt! Der kostet 500, 600.000 Münzen! Ich weiß es nicht, ungefähr! So, Freunde, letztes Peck für dieses Peck-Experiment! Komm schon, EA! Zum Abschluss noch mal ein Kracher! Noch mal ein Walk-Out! Und keinen 82er oder Lover! Nein! Jaaaaaah! 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 Haaaaaah! Buuuuuuuuh! Milinkovic Savic! Jaaaaaah! Was für ein Peckluck! Im letzten Set! Kriegen wir ihn noch mal! Kriegen wir ihn noch mal, Leute! Okay, die gehen relativ flügig weg, würde ich sagen. Aber wir müssen normalerweise durchkommen. Let's go! Blau! Oh! Blau! Zweites Set! Blau! Komm! Spanien! Aufpass! Back-to-Back-Tots! Let's go! Wir haben noch 28.000 Super-Points! Let's go! Oh mein Gott! Back-to-Back-Blau! Let's fucking go! Spanien schon wieder! Torwart! Was ist das denn? Adam! Ja, Freunde, let's go, Mann! Ja! Drei Sets, zwei blaue, boom! Ja! Komm! Let's go, es hat sich gelohnt, weiterzuziehen! Spann den Torwart! Torwart! Nein! Was will ich mit dem Torwart nochmal? Nein! Ey! Let's go! I'm done! Oh mein Gott! Wir haben einen Hero! Mann, ne! Mann, ne! Mann, ne! Mann, ne, baby, let's go! 86er, Mann, ne! Mein bisher bester in den ganzen Belohnungen, das in einem scheiß Dreier-Inform-Set! 86er, Mann, ne! Geil! Geht doch! Endlich hat sich das mal gelohnt, diese scheiß verdammte 40 Spiele-Wochenende! Ja, jetzt haben wir noch drin und Dira, ey, scheiß drauf, was wir noch drin haben, aber der ist einfach 335.000 Münzen wert, Leute! Endlich hat sich die scheiße gelohnt! Geil, Mann! Wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mbappé! Mbappé, hab ich skipp den weg! Ich kann's nicht glauben! Ich skipp den! Ich skipp den! Heilige Scheiße! Trag de Musik no! abgess ... ich sie so geil ho! Vimin hier coaamb gibbj agitige ACROO יך was Gonzalo sino Higuain, 92er, ich dachte es wird Aguero, den hätte ich gebrauchen können, aber Higuain ist so ein Spieler. Drei Wochen lang, eigentlich vier Wochen lang habe ich darauf hingesweatet und jetzt geht es darum, dass wir hier was ziehen, Freunde. Es geht darum, hier was zu ziehen. Und ich werde mich jetzt ein bisschen zurücklehnen, falls ich aufspringe, will ich nicht, dass hier die Tonaufnahme abkackt. Ich wünsche mir Glück, Freunde, ich wünsche mir Glück. Drei, zwei, eins. Let's go. Nein, nein. Nein, nein. Ja! Ja! Komm! Ja! Blas! Die the one Der zweite blaue und dann kommt ihr auch noch an Ja, hallo, hallo, komm her! Drei, zwei, eins, go! Let's go! Let's go! Ja, der Schlitz! Ja, der Schlitz! Wie geht das denn? Bitte! Bitte! Halt dein Maul! Boom, Junge! Ernsthaft, Vidal! Stark, stark, ganz stark! Yes, baby! Ganz stark, ganz stark! Du sie scheiß Freier sind! Ich weiß schon, dass sie normalerweise an der Nähe hier sind. Jawoll! Schmicksgarant! Ja! 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 Ja, der Schlitz! Ja, der Schlitz! Geflen! Geflen! Ja! Ja, Mann! Lionel fucking Messi! Lionel Messi! Komm schon Brasilien jetzt! Brasilien! Brasilien! ZOM! Ronaldinho! Ronaldinho! Pille! Boom! Boom! Ticke, ja! Taser, Freunde! Boom! Pille! Und was ist das? Was ist das? Das Ikone, Alter! Guck! Ticke, das ist Slowdruck! 85er! Fake mein Leben! Ich weiß es nicht! Ja! Was ist das? Noch eine Ikone! Dicke, das ist noch eine Ikone! Ich glaube gerade nicht, was hier passiert, ne? Ich ziehe solange weiter, bis ich noch eine Ikone bekomme. Ja, Dicke! Was? Das ist schon wieder eine Ikone! Ja, komm! Italien! Ich weiß es nicht! 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 Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter! Aber das ist jetzt, glaube ich, die Prime-Variante! 90er Pipo! Pipo! Pipo in Taghi! Kalt! Aber auf jeden Fall kam dann irgendwann die Flasche von Tobi! Ne? Ich muss sie gehen raus! Tobi! Portugal! 11! Ja jetzt! Ga ja ja ja! Ebee Sell Mein ganz weiß es war ja ja! F испann? Ich weiß es hat uns! Ich weiß es hat dich jetzt! Ich weiß es wie es hat uns! 山 Eheee! стаived Boisi! Hahaha! Ja STAND Behind you! Let's go, 95, muss drin sein, alles andere wäre, was, dick Agüero, let's go, 97, da, ich dachte erst Messi, dann wäre es ein 98er gewesen, aber fuck my life, 97 Agüero, was ist los? 97, das ist glaube ich der viertbeste Spieler, den man ziehen kann.